Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sage ich da nur Das war jetzt ein bisschen fail Och du Scheiße Ich will aber noch mal eben kurz beim Sound die Dialog-Lautstärke höher stellen Ja, das sehe ich genauso Weil das war mir in der letzten Aufnahme ein wenig zu leise Das hat mich dann ein wenig gestört Nö, Mann Fick ich drauf, ja? Müssen wir da überhaupt? Ja, müssen wir Ich geb doch nicht auf, Nigger Boah, Alter, das ist so hell hier, meine Fresse Heilige Scheiße, warum schießen die? Was haben wir denn überhaupt gemacht? Wir haben doch nur hier Dingens-Stars geklaut, so Beweismaterial Dieses Icarus-Dingens Oh, hier ist irgendwo ein Koffer Oh, Scheiße, Scharfschützen Holy shit, ah, da ist er Den hören wir gleich mal auf What the fuck, Mann Chillt mal euer Leben Ho Ja, nee, ehrlich Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier weg muss Verdammte Scheiße Oh, ich glaub, hier sind wir erstmal sicher Puh, alter Schwede Äh, das ist rot Ich denk mal Ah, ja, das müssen wir drehen Ha, perfekt Ja, ich glaub, wir sind jetzt so ziemlich in Sicherheit Und ich weiß, das hab ich schon mal gesagt Aber jetzt hab ich das Gefühl, dass wir es wirklich sind Außer die kommen jetzt rein Das wär aber Scheiße dann für uns Ich will da rein Ah, so Kann ich das wegschlagen hier? So Miese, Faust Ja Nein Schade Oh Gott Kann wir hier nicht her, alter? Warte mal Ah, nee, ich will da nicht hoch Ich will da rein Ich will da rein, nicht da hoch So Ah, so Bin grad zurückgelaufen, ich trottel Sie haben dich eingekleppelt Oh, scheiße Ähm Da müssen wir irgendwie rauf Da hinten hab ich grade Holy shit, die wollen kommen Fuck the police, yo Oh, kacke, die schießen ja Junge, die kommen hier ja rein Verdammt Oh, nee, das war jetzt hier Falschrichtung Oh, scheiße Oh, verdammt Oh, verdammt Alter Alter Oh, nein Ah, da bin ich verdrückt Scheiße Das ist einfach nur ein Fluchtspiel hier Das ist einfach nur ein Fluchtspiel hier Einzig und allein ein Fluchtspiel Hallo Ah, er zieht weg Wunderbar Der Vogel zieht ab Oh, ist das tief Jetzt schwing dich in die Kanäle Wird gemacht, Sir Ah, hier ist das nicht Ich wollte runterrutschen Runterrutschen, nicht runterfallen Fallen ist ja auch eine Möglichkeit Nur, da gehen wir dann größtenteils weit drauf Und das war jetzt ein bisschen Zu hoch Äh, zu tief, meine ich Nicht zu hoch Zu tief, natürlich Ich würd mich ja Oh Gott, ich würd mich ja sowas nicht trauen, ne So, und jetzt hier nochmal Ah, ne, das geht noch tiefer Jetzt Puh Wird auch immer dunkler hier, ey Alter Schwede Not-Tore-Entriegelung Zum Nutzen Knopf drücken Entriegelungszeit 15 Sekunden Das ist ein Tor Ich glaub, wir müssen da jetzt hin Heißt so, das Gefühl Überein müssen wir uns, denke ich mal, auch Weil es sind ja nur 15 Sekunden Oh, shit Es kommt nicht wieder Ganz schön nebelig hier Stirbratte Komm, komm, komm Ich fang dich, ich fang dich, ich fang dich Oh, jetzt ist sie weg Schade Bist du rein, ne Haha, ich glaub schon So, wo müssen wir denn Da müssen wir hin Ich denke mal, das Tor müssen wir da wieder aufmachen Wee Ja, Mann Das war Pro-Like Pro-Like Ach, ja, das war jetzt nicht allzu schwer Boah, fettes Teil Alter Verwalter Auf der anderen Seite soll dein Ausgang sein Sieht ziemlich hoch aus Nee Nee Nicht dein Ernst Ich finde, das sieht klein aus hier Oder? Seht ihr doch genauso Dass es klein ist hier Ach, die trauen sich gar nicht hier runter Ach, du heilige Scheiße Das sind Scharfschützen Oh, Gott Nein, 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 nein Ah, kacke Das war jetzt so die Hektik No Oh, kacke Oh, verdammt Der hat uns getroffen, der Bastard Wenn du uns jetzt hier runter schießt Dann wäre vorbei Dann wäre tot hier Oh, die hat eine Ratte weggeschossen Alter Schwede Ratten schießen Der neueste Sport Bei den Polizisten Oh, scheiße Schöne Nacken reintreten hier So, meine lieben Freunde Ich glaube, mit F zoomt man, ne? Nummer 1 Und Nummer 2 Ah, schön in den Arsch schießen Ins Popöchen Ins Popöchen Also die Cops sind wir da schon mal los Also Um die müssen wir uns da keine Sorgen mehr machen Um die Scharfschützen Cops konnte man die auch nicht nennen Das waren einfach Scharfschützen Von irgendeiner Geheimorganisation Ich wüsste auch gerne Wer ist für ein Land, das hier spielt Also es wurde ja nicht gesagt So ein bisschen erinnert mich das so an irgendwas Asiatisches Ah, scheiße, scheiße Ah, das war glatt Aber irgendwie weiß ich nicht Aber gut, da müssen wir hin Ach, das sind Lichter Ich wollte gerade sagen Oh, kacke Die sind da unten Muss wir lang Da Ja, ja, ja Ich bin schon dabei Verdammt Nicht, dass die uns gleich sehen, ey Ah, scheiße Kacke, Alter Oh, scheiße Äh, das war immer die falsche Richtung Ach, da nach rechts Ah, ich bin viel zu weit Achso, achso, achso Mach auf Oh Okay Springen wir mal einfach Da ran, wenn es geht Mann, sind wir doof Und nochmal So Alter Was ist das denn? Gibt es hier nicht einen anderen Weg? Oh, scheiße Auf gut Glück Oh Ja, sowas muss man auch erstmal hinkriegen Dass man im Sprung auf so eine kleine Fläche kommt Alter Das ist sicherlich Oder 付INE gem oder oder wie das ist